Nach der Saison ist vor der Saison, deshalb heute mit einem speziellen Prediction Podcast für die nächste NFL Season 2018-2019 und wir klammern uns hier an dieses Prediction Ding, das ESPN gestern released hat, das kam von Dan Graciano, der hat sich daran gewagt 10 Predictions für die neue Saison zu wagen und wir schauen uns diese an, die sind nämlich ganz interessant und dann werden wir unsere Meinung dazu sagen, beziehungsweise werde ich meine Meinung dazu sagen, der Superbruder ist in the books, wir werden eventuell einen Recap dazu machen, das aber zu einem späteren Zeitpunkt und damit willkommen beim All Day Elite Podcast mit den 10 Predictions für die neue Saison. Prediction Nummer 1 hatte er, Free Agent Quarterback Kirk Cousins signs with the Jets und das für 6 Jahre, 186 Millionen Contract mit 100 Millionen garantiert, inklusive 75 Millionen fully guaranteed at signing, wow. Man kann sich natürlich vorstellen, Kirk Cousins, unglaubliche Zahlen aufgelegt bei den Washington Redskins, die haben ihn mehrfach Franchise getaggt, zweimal. Das dritte Mal sollte es in diesem Jahr geben, darauf hatte er keinen Bock, wir haben das beim Alex Smith-Pod angesprochen, darauf hatte er keinen Bock und jetzt kann er natürlich auswählen, bei welchem Team er da starten will ab der kommenden Saison. Ich könnte mir die Jets auch sehr gut vorstellen, das muss man auch sagen, ich habe mich damals pro und contra jetzt nicht festgelegt für eines dieser Teams. Für mich ist immer noch Arizona der beste Fit, rein sportlich, aber man darf auch nicht vergessen, dass Kirk Cousins da noch nicht die allzu großen Paydays hatte. Natürlich diese Franchise-Tags, die haben ihm viel Geld gebracht, aber ich glaube auch, dass er jetzt einen wirklich großen Vertrag unterzeichnen will und damit der bestbezahlte Quarterback aller Zeiten werden. Dan Grisiano schreibt, Das würde bedeuten, dass Kirk Cousins ein Team stärker macht. Und ein Team, das doch über den Erwartungen gespielt hat, die haben lange Zeit auch um die Playoffs mitgespielt, sind dann am Ende der Regular Season ein bisschen abgestürzt und haben sie dadurch auch verpasst. Aber, und das muss man auch sagen, Kirk Cousins würde da natürlich gut reinpassen. Es gibt bei den Jets momentan keine wirklichen Stars, das darf man auch nicht vergessen. Und mit McCown hat man immer noch einen Quarterback, der zwar 39 Jahre alt wird, der da durchaus noch Zukunftspläne hat mit den Jets. Aber wenn du Kirk Cousins bekommst, dann hast du für die nächsten, in diesem Fall jetzt sechs Jahre, deinen Franchise-Quarterback. Nur sechs Jahre und 186 Millionen, das ist eine Menge Zaster. Mal schauen, wie es wird. Die 10-6-Saison von den Jets, das wird schwierig. Die Bills waren in den Playoffs, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr ganz so groß aufspielen wie in diesem Jahr. Dazu die Patriots, die doch auch ein bisschen Blut geleckt haben mit dieser Superbowl-Niederlage. Die könnten heiß sein, die Dolphins, wenn Tannehill wieder zurückkommt, das könnte sehr, sehr schwierig werden, für die Jets eine 10-6-Saison abzulegen, hinzulegen. Aber wir hoffen es uns, natürlich. Warum nicht? Könnte gut sein. Ich gehe d'accord mit Dan Grissiano. Ich sage, das ist dann doch sehr, ja, sehr realistisch, was er da aufgeschrieben hat. Die zweite Prediction, die betrifft die New York Giants, und zwar Odell Beckham Jr. Sits out at least one regular season game. Und er schreibt dazu, dass es relativ tricky werden könnte für die Giants, die 2018 eine Option für ihn haben, die sie auch schon gezogen haben und ihn noch nicht verlängert haben. Und man darf aber auch nicht vergessen, Odell Beckham Jr., der zählt natürlich zu einem der besten Receiver der Liga, aber er ist auch immer wieder verletzungsanfällig. Ich glaube, der hat noch keine Saison durchgespielt, alle Spiele gemacht, in diesem Jahr wieder ausgefallen. Ich könnte mir vorstellen, also ich verstehe das, dass man dem nicht den großen Payday gibt. Und deshalb könnte ich mir auch vorstellen, dass Beckham sich dabei zu wenig geschätzt fühlt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er tatsächlich aus Protest bis zum Season Opener oder zumindest die ganze Preseason einfach mal nicht trainiert, einfach das Ganze aussitzt. Und dann werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Man darf nicht vergessen, der neue Coach Pat Schirmer und Quarterback Eli Manning, die sagen, wir werden weiterhin so spielen, außer jetzt eben Kirk Cousins oder so, der könnte dazu gefährlich werden oder bei den Giants sein. Wie gesagt, für mich ist das eher unrealistisch. Ich glaube, man wird wirklich nochmal mit Eli Manning eine Saison gehen und vielleicht dann einen jungen Quarterback dahinter aufbauen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass Eli Manning mit Sterling Shepard und Evan Ingram zwei weitere Top-Receiver-Optionen hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Odell Beckham sich damit keine Gefahren tut und bestimmt auch keine Freude macht. Denn man darf nicht vergessen, die Giants, die müssen natürlich Risiko abwägen, wie Odell Beckham Junior in der Zukunft für sie auflaufen wird. Und ich finde es relativ realistisch, dass er da zum Teil ein Regular-Season-Spiel aussetzt, vielleicht auch mehrere. Ich sehe das realistisch, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass Odell Beckham Junior genug intelligent ist, um zu sehen, was er mit den Giants hat. Und auch, dass er dann doch halt einfach ein bisschen verletzungsanfällig ist. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass er das sieht und dann auch irgendwie einzieht. Prediction Nummer drei, die betrifft die ganze NFL und zwar, there are at least five new Playoff-Teams included, the Jets, Chargers, Raiders, Packers and 49ers. Ja. Sagen wir es mal so. Beginnen wir bei den Jets. Wie gesagt, sie haben gesagt, Kirk Cousins, der wird bei den Jets sein. Und dann könnte das durchaus sein, dass die in die Playoffs kommen. Die Chargers, die waren dieses Jahr wirklich nahe dran. Die haben mit 0-4 gestartet und dann hat Phillip Rivers den Turnaround geschafft. Dann am Ende ganz knapp die Playoffs verpasst. Auch realistisch. Die Raiders müssen eigentlich fast mit John Gruden's Comeback zu den Raiders. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, Derek Carr und Co. werden in diesem Jahr, im kommenden Jahr, wirklich Gas geben. Und auch Gas geben müssen, denn die Raiders mit diesen Contracts, die sie da haben an Spielern und der Murray Cooper und Michael Crabtree und Marshawn Lynch, da muss in der Offense natürlich einiges gehen. Da müsste mehr gehen, als dass es das war. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Defense einfach ein Schwachpunkt ist. Vor allem diese Secondary, die ist nicht NFL-tauglich, nicht Playoff-tauglich, sagen wir es so. Und ich glaube, dass da im Draft nachgebessert werden muss. Wenn sie das tun, dann rechne ich schon mit den Raiders in den Playoffs. Die Packers, ja, die haben eigentlich so einen, da kann man einen Luck hinter dran machen, weil die Packers mit Aaron Rodgers, die müssen einfach die Playoffs erreichen. Das ist schon fast wie Gesetz in der NFL. Da gehe ich auch mit. Und zum Schluss die 49ers, da haben wir mit Jimmy Garoppolo eine sehr, sehr heiße Personalie. Man sagt, der Deal, den man ihm anbieten wird in der Offseason, der soll schon fast komplett sein. Also beziehungsweise man hat sich schon gefunden, schon fast gefunden. Da fehlt nicht mehr viel. Und ich glaube auch, dass Jimmy Garoppolo in San Francisco bleibt und das auch tun sollte. Und wie gesagt, Jimmy Garoppolo's erste NFL-Niederlage, die lässt weiterhin auf sich warten. Und der hat mit den 49ers dann trotz dieser schlechten Mannschaft eigentlich noch sehr viel rausgeholt. Und von daher sehe ich da durchaus das Potenzial, dass er die Playoffs schafft. Und ich rechne eigentlich auch damit, da muss ich sagen, dafür bin ich vielleicht zu sehr auf dem Jimmy Garoppolo-Hype-Train. Aber ich rechne schon damit, dass die 49ers um die Playoffs mitspielen mit ihm. Und ich glaube auch, dass die im Draft nachbessern können auf Receiver. Da kommen einige verletzte Stars zurück. Und ja, die Defense, die ist natürlich stark mit dieser D-Line, mit dem 4-3-D-Line, die sie dort haben. Die macht ihren Job eigentlich schon die ganze letzte Saison gut. Und zum Ende der Saison hat man gesehen, mit Jimmy G ist einiges möglich. Schade, dass er erst so spät zu den 49ers gewechselt hat. Prediction Nummer 4. Le'Veon Bell signs a contract extension with the Steelers. Und die garantiert ihm anscheinend 25 Millionen. Und 12 Millionen pro Jahr. Jetzt nicht der Deal, von dem er träumt, weil Bell will ja eigentlich Receiver-Money. Und die Zahlen sind natürlich hoch, das muss man auch sagen, für einen Running Back. Aber er ist natürlich auch einer der besten Running Backs der Liga. Beziehungsweise diese Two-Way-Player, die sowohl fangen als auch laufen können mit dem Ball. Ich glaube, der Holdout im 2017er Training Camp, der hat ihm schon auch irgendwas gekostet. Ich glaube, auch ein bisschen Kredit in der Franchise selber. Und ich glaube auch, dass 2018 nicht mehr das Gleiche passieren sollte bei den Steelers. Und ich muss sagen, dass ich das nicht sehe, was Dan Grissiano hier prediktet. Meiner Meinung nach sind die Tage von Le'Veon Bell in Pittsburgh gezählt. Wow, was? Und so aus folgenden Gründen. Le'Veon Bell wird bei den Steelers nicht diesen Vertrag bekommen, den er will. Aber ich glaube auch, dass Le'Veon Bell ein Spieler ist, der diesen Vertrag will. Unbedingt. Ich glaube, der will einfach auch sich selbst beweisen, dass er der bestbezahlteste Running Back aller Zeiten sein könnte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er das Team weg zu einem Team geht, das viel Capspace hat. Und vielleicht auch irgendwie den Steelers einen reinwirken will, um diesen, muss ich schon sagen, Ausnahmeathleten zu holen. Nummer 5. Josh Allen ist der erste Pick in April's Draft, aber er beginnt nicht ein Spiel in 2018. Ja, mit dem ersten Pick wäre er zu 99% ein Brown. Außer die traden den wieder weg. Der Quarterback von Wyoming. Ja, ich weiß nicht so recht. Man sagt, also, Grisciano schreibt hier, man holt noch AJ McCarron und Josh Allen wird hinter McCarron dann aufgebaut. Mindestens ein Jahr und wird kein Spiel spielen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich glaube auch nicht, dass AJ McCarron der Quarterback für die ganze Saison ist. Dafür gab es zu viele Quarterback-Switches in den vergangenen Jahren. Und ich glaube nicht, dass man Josh Allen diese Zeit gibt, da auf der Bank zu sitzen. Und ich glaube auch nicht, dass die Browns so viel Geduld haben. Natürlich, die können sich jetzt einige Difference-Maker holen im Draft. Die haben den ersten und den vierten Pick. Wenn man den ersten dann aber Josh Allen gibt, dann hast du im Endeffekt nur den vierten Pick, der dir sofort weiterhilft. Und da wird wahrscheinlich Saquon Barkley oder einer der anderen Topstars, Minka Fitzpatrick oder so, gezogen. Deswegen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Geduld in Cleveland relativ schnell durch ist, wenn McCarron nicht liefert. Und dann weiß ich nicht, ob man lieber mit Kaiser weitergehen will oder dann Josh Allen verlangt wird. Ich glaube, die Fans, die wollen relativ schnell den neuen Quarterback, den neuen Heilsbringer auf dem Feld sehen, als dass man da lange geduldig sein wird. Und man weiß auch, dass Hugh Jackson jetzt liefern muss. Und der hat nicht so viele Möglichkeiten. Der kann nicht sagen, ja, ja, dieses Jahr können wir abschenken. Wir haben nächstes Jahr mit Josh Allen dann endlich die Möglichkeit, um die Playoffs zu mitspielen. Die wollen in diesem Jahr aufbauen. Die wollen vier bis sechs Siege holen in diesem Jahr mindestens. Und dann im nächsten Jahr um die Playoffs mitspielen. Der neue Jammer hat ja gesagt, man will in diesem Jahr die AFC North gewinnen. Ja, träum weiter. Sorry. Aber auch wenn du einen geilen Draft hast, das ist sehr unwahrscheinlich in der AFC North. Und bei AJ McCarron, der ja auch erwähnt wird, darf man auch nicht vergessen, dass die Reunion mit Hugh Jackson wird. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen an AJ McCarron. Die waren ja schon dran in der Trade-Zeit im letzten Jahr. Dann hat es nicht geklappt, weil ich glaube, der General Manager diesen Trade verhindert hat. Ja, ich glaube, dass da in der Off-Season durchaus um AJ McCarron geboten wird. Nummer 6. Six more teams changed head coaches after the 2018 season. Die Teams sind Baltimore, Cleveland, Denver, Washington, Tampa Bay und Seattle. Wo der 67-jährige Pete Carroll sich dazu entscheidet, nach zwei Saisons ohne Playoffs zurückzutreten. Dann sind wir Nick Foles took Carson Wentz spot after Wentz tore his ACL in mid-December and Foles has the Eagles in the Super Bowl. Okay, sorry, das war jetzt nicht, ich habe das ausgedrückt, deshalb zeigst du mir das an. Das war irgendein, das geht dann zum nächsten, sorry. Also die sechs Teams, die die Head-Coach-Switches haben, Baltimore, ja, gehe ich mit. Und wenn die Playoffs verpasst werden, dann ist John Harbaugh definitiv weg. Cleveland, Hugh Jackson muss liefern und ich glaube, wenn man seinen Number 1 Quarterback im Draft dann draußen lässt, ein ganzes Jahr, dann ist auch er weg, wenn es nicht klappt. Bei Denver, ja, auch dort müssen die Playoffs erreicht werden, dazu gehört aber auch einen guten Quarterback und meiner Meinung nach wäre es besser, wenn man den GM wechselt. Auch wenn er eine Legende ist in Denver. Washington, auch bei ihnen ist klar, wenn die Playoffs nicht erreicht werden, dann ist der Coach weg. Dreimal in Serie nicht in die Playoffs zu kommen, das kannst du dir nicht erlauben. Nur, Problem, Washington hat eine sehr, sehr starke Division mit den Eagles, mit den Giants und eventuell mit den, wie ist es noch, ah, die Cowboys natürlich, ja, die Cowboys. Tampa Bay, auch bei ihnen, wenn die Playoffs wieder nicht erreicht werden, dann ist er weg. Und Pete Carroll, der hat ja schon in diesem Jahr das Gerüchte gegeben, dass er eventuell aufhört nach der Saison. Das hat er verneint und ich kann mir gut vorstellen, dass es nach dieser Saison ja dann wirklich Zeit wird für ihn. So, kommen wir zu Nick Foles leads the Eagles to a 3-1 start while Carson Wentz continues his rehab. Ja, Nick Foles hat Carson Wentz' Spot nach Wentz' Tor ACL im Mitte Dezember übernommen und Foles hat die Eagles in den Superbowl gebracht und dort auch gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Viele denken sich jetzt, dass Nick Foles weggehen wird. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass Nick Foles das Team verlässt. Ich glaube, dass er wirklich noch da bleibt und ich glaube auch nicht, dass Carson Wentz zum Beginn der Saison wieder fit ist. Von dem her denke ich doch, dass Nick Foles da als Quarterback starten wird. Und auch dieser 3-1-Rekord nach vier Spielen, der ist durchaus realistisch. Und die NFC wird interessant werden. Die wird wirklich interessant werden. Die könnte wirklich, wirklich sehr, sehr interessant werden. Auch wenn Wentz zurückkommt. Was machst du dann mit Nick Foles? Lässt du ihn dann gehen oder behältst du ihn als Backup? Meiner Meinung nach funktioniert dieses System mit Doug Peterson eigentlich so gut, dass du da fast jeden Quarterback reinnehmen kannst. Und das wäre die einzige Möglichkeit, warum Nick Foles nicht mehr bei den Eagles sein wird nach der Offseason. Weil man ihn einfach tradet und sagt, ey, wir können, wir haben so viele Optionen auf Quarterback mit diesem Spielsystem, das wir spielen. Und es spielt eigentlich keine Rolle, ob Nick Foles oder Shane Falco auf der Quarterback-Position spielt. Deshalb, ja, es ist möglich, dass er da durchaus noch als Backup die Eagles zu einem 3-1-Start bringt. Dann wird es aber interessant sein, wie Carson Wentz zurückkommt. Und wie es dann laufen wird, wenn Wentz nicht so liefert, wie man das gewohnt war aus der letzten Saison. Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen, wie das Playcalling und das Coaching allgemein von Doug Peterson. Das ist einfach zu gut, um irgendwelche Abstriche machen zu müssen. Prediction Nummer 8. Andrew Luck returns and plays all 16 games for the Colts. Ja. Josh McDaniels soll dort der neue Headcoach werden. Der könnte natürlich mit Luck durchaus für Furore sorgen. Also ich glaube, die Patriots-Offense, die war in den letzten Jahren immer eine der besten Offenses, wenn nicht die beste Offense der Liga. Und der Quarterback, Tom Brady, war in diesem Jahr der Quarterback mit den meisten Yards. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du mit Andrew Luck, der wirklich hungrig auch ist, dass er endlich wieder ready ist. Und dann könntest du davon sprechen, dass er der Comeback Player of the Year wird. Dan Grissiano schreibt hier, dass er mit J.J. Watt, David Johnson und Aaron Rodgers und ein paar anderen um den Comeback Player of the Year mitspielen könnte, wenn er dann zurückkommt. Und Andrew Luck ist ein Ausnahmetalent. War verletzt. Man sagt, er hat auch ein paar Probleme im Kopf gehabt, weil er dann nicht mehr das Selbstvertrauen hatte, das er vorher hatte. Und eine Verletzung, die macht das natürlich mit dir. Aber man darf nicht vergessen, dass es irgendwann mal auch Zeit wird. Und das hat Pagano vielleicht ein bisschen zu gut gemeint mit Andrew Luck, dass du ihn einfach ins kalte Wasser wieder werfen musst. Das war ja, glaube ich, auch ein Grund, warum Pagano entlassen wird. Anscheinend hätte Andrew Luck Spiele machen können in diesem Jahr. Das hat er nicht gemacht, weil er noch nicht fit war. Und Pagano hat dann gesagt, okay, kein Problem, dann spielen wir mit Brissett weiter und schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, das hat ihm auch irgendwie den Job gekostet. Ich rechne sehr damit, dass Andrew Luck zurückkommt in der folgenden Saison. Und ich hoffe auch, dass er die 16 Spiele durchspielen kann, ohne sich eine weitere Verletzung zu holen. Nummer 9, die NFL. Die NFL changes the catch rule to appease fans and increase scoring. Ja, bitte tut das. Ich glaube, das wäre mal wirklich an der Zeit, diese Catching Rule zu ändern. Man hat zu viel in diesem Jahr über dieses Thema verloren. Und wenn du da jetzt ganz klar sagst, wie der Fall ist, dann wäre das eingefahren für die ganze NFL und für alle Fans. Und die Nummer 10, the Saints will beat the Steelers in Super Bowl 53. Ja, boah. Das wäre dann doch ein geiler Super Bowl, wenn Big Ben bleibt. Da ist ja auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob er noch ein Jahr dranhängt. Ben Rafflisberger gegen Drew Brees, unterschiedlicher könnten die Quarterbacks nicht sein. Aber das wäre ein geiler Super Bowl. Und ich glaube, die Saints, die sind durchaus in der Lage, erneut um den Super Bowls mitzuspielen. Die haben diesen One-Two-Punch mit Ingram und Alvin Kamara. Und mit Quarterback Drew Brees endlich auch, also Drew Brees hat endlich auch mal eine Alternative, als immer passen zu müssen. Und dazu Michael Thomas, der eine unfassbare Saison gespielt hat, überragend gewesen ist. Er dazu gegen die Steelers, die mit Le'Veon Bell, da gehe ich mit, dann könnte das durchaus realistisch sein, dass die in den Super Bowl kommen. Die werden wieder um Platz 1, 2 in der EFC mitspielen, vielleicht sogar um Platz 1. Durchaus realistisch. Aber ich glaube auch, dass dort irgendwann mal auch die Blase platzt, an der die Steelers sind. Denn, ja, ich weiß nicht, irgendwie traue ich diesem Team nicht. Auch die Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars, die war dann doch, ich will nicht sagen peinlich, aber das hätte nicht sein müssen. Ich glaube, da war man eigentlich auf dem Papier und so best dran. Wenn du dann dennoch so verlierst, ja, es ist einfach schwierig zu sagen. Ich rechne eigentlich mit einem anderen AFC-Team, das im nächsten Jahr um den Super Bowl mitspielt. Und ich glaube, dass dieses Team aus der AFC South kommt, also entweder die Titans, die Colts, die Texans oder die Jaguars wieder. Momentan, ja, ich weiß nicht. Momentan, ja, ich weiß nicht. Vielen Dank.